2022 findet die sechste Edition der Europäischen Woche der beruflichen Bildung statt. In diesem Jahr geht es um die Kompetenzen für den grünen Wandel. Um diesen zu gestalten, brauchen die Menschen neue Fertigkeiten und Kompetenzen. Dafür bietet die berufliche Aus- und Weiterbildung Lernenden in allen Lebensphasen exzellente Möglichkeiten. Nehmen Sie an der Europäischen Woche der beruflichen Bildung teil und helfen Sie uns, das Bewusstsein für die Vorteile der Berufsbildung zu schärfen. Leisten Sie einen Beitrag, in dem Sie nationale oder lokale Veranstaltungen organisieren oder daran teilnehmen. Und ermutigen Sie Menschen, die Sie kennen, in Ihre Kompetenzen und damit in Ihre Zukunft zu investieren. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.